Mein Name ist Tamara Speer. Ich bin zuständig für das Personalmarketing bei Schwäbisch Hall. Wir haben in den letzten Monaten unsere Arbeitgeberkommunikation komplett neu überarbeitet. Wir haben eine ganz neue Recruiting-Kampagne aufgesetzt. Diese Kampagne basiert auf der Kernannahme, dass in Schwäbisch Hall als Arbeitgeber viel mehr drin steckt, als erwartet. Die Suche nach Talenten gestaltet sich immer schwieriger. Deswegen weiß ich, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen auch gerne Kernbotschaften formulieren oder attraktive Recruiting-Kampagnen aufsetzen möchten. Deswegen möchte ich gerne meine Erfahrungen aus den letzten Monaten teilen, weil ich sicher bin, dass sich daraus ganz pragmatisch Dinge ableiten und einfach umsetzen lassen. Im ersten Schritt haben wir uns in einer externen Analyse mit unserem Fremdbild beschäftigt. Wir haben immer wieder damit zu tun, dass unsere Branche, unser Geschäftsmodell als langweilig und unser Standort als unattraktiv gelten. Uns werden keine innovativen Aufgaben und Themen zugeordnet. Und das ist natürlich ein Problem bei der Suche nach den Talenten, die wir brauchen, um die digitale Transformation voranzutreiben. Im zweiten Schritt haben wir uns damit beschäftigt, wie sehen wir uns? Dafür wurden zum einen die Vorstände und Generäle befragt. Zum anderen haben wir Workshops mit allen relevanten Mitarbeitergruppen, also unseren Zielgruppen, durchgeführt und die Ergebnisse dann miteinander gematcht. Mir war es wichtig, von Anfang an bei dem Workshop mit dabei zu sein, um eben unsere Arbeitgeberkampagne aufzusetzen, weil wir wollen damit ja wirklich zeigen, dass wir ein cooles Unternehmen sind und auch eine wirklich offene und transparente Kultur haben. Was ganz sicher nicht funktioniert, ist es Kernbotschaften von anderen Unternehmen zu kopieren. Was dargestellt werden muss, ist, wer sind wir? Was sind unsere Alleinstellungsmerkmale? In die Kernbotschaften sind die Ergebnisse aller vorherigen Schritte eingeflossen. Außerdem strategische Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder die Transformation unseres Geschäftsmodells und natürlich unsere Unternehmenswerte. Die Kernbotschaft bilden die Grundlage für jede weitere Arbeitgeberkommunikation. Deshalb müssen sie vor allem authentisch sein, differenzierend und belegbar. Sie bilden die Alleinstellungsmerkmale von Schwäbisch Hall als Arbeitgeber ab und zwar im Hier und Jetzt. Unsere wichtigsten Kernbotschaften sind, wir sind persönlich, wir sind im Wandel, wir durchbrechen Muster und wir sind nachhaltig. Abschließend stellt sich natürlich die Frage, wie gelangen jetzt die Kernbotschaften zu unseren Zielgruppen, also zu den Bewerberinnen und Bewerbern, die wir gerne ansprechen möchten. Und dafür haben wir jetzt diese Basis, die Kernbotschaften, in Werbemittel umgesetzt. Also beispielsweise in Stellenanzeigen oder unsere Karriere-Website. Als Basis für die Aufbereitung für die einzelnen Zielgruppen haben wir gemeinsam mit unserer Agentur Personas erarbeitet. Also fiktive Personen, die stellvertretend für eine Zielgruppe stehen und die Kernbotschaften wurden dann in Bezug auf die einzelnen Zielgruppen umgesetzt. Zum Beispiel in Claims. So haben wir für die Zielgruppe IT den Claim entwickelt. Die Beweglichkeit, die du erwartest. Mehr Innovation, als du denkst. Neben den Claims haben wir Fotos gemacht, die Claims, die Texte, die Botschaften illustrieren. Und wir freuen uns besonders, dass auch in dieser Kampagne wieder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns unterstützt haben. Ich finde, es hat total Spaß gemacht, mit den Kollegen rüberzubringen, wie es bei uns wirklich ist. Ich hoffe, dass wir ihnen wertvolle Impulse für ihre Arbeit geben konnten und wünsche ihnen viel Erfolg für die Arbeit an ihrem Employer-Brand.